Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Berseria. So, Expedition ist wieder da. So wie jeden Part. Und wir haben diesmal gewonnen. Sehr schön. Mini-Lloyd. Oha. Scout-Ship-Systems-Sale. Wo? Mini-Lloyd? Wo? Äh, hier vielleicht? Mini-Lloyd? Och. Okay. Da kann man auch ein bisschen was... ...finden an Klamotten. Das finde ich gut. Äh. Wieso kann ich Mini-Lloyd bei ihm nicht? Wieso hat er jetzt einen Zylinder auf? Willst du mich verarschen? Ähm. Okay, der hockt immer auf den Kopf, oder wat? Anscheinend... Hm. Okay. Na gut. Weiter geht's. How is it now, Aizen? Okay, jetzt wissen wir auch. Es ist ein Tempel. Ey, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich geh vorne runter. Ah, damn it! Damn it! Oh, shit. So, Schwäche. Wasser. Alles klar. Hm. Hab ich nicht. Okay, dann werde ich hier mal ein bisschen... ...was abändern. Ähm. Oh, noch was mit Wasser? Hm. Hm. Ah, na super. Und ich hab natürlich hier... ...Zustandsveränderung, Verbrennung. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Ach komm schon, willst du mich verarschen? Also ich muss schon sagen, Magidu überzeugt mich immer mehr. Obwohl ich an ihr gezweifelt habe. Was war denn das bitte schön für ein geiles Artis? So. Weg hier. Verschwindet. Ich mag diese Medusen da nicht. Die gehen mal auf den Keks. Weg hier. So. Wir gehen einfach mal schnurstracks nach oben. Und wir hoffen, dass Artorias da oben auf uns wartet. Wir haben einmal einen Moloch namens Seres, die Feuer benutzt. Wir haben. Aber ich habe ihn verletzt. Und seitdem, er hat einen neuen Moloch genutzt, der Inominat, benutzt in ihrem Ort? Wie ich weiß, ja. Aber ich kann nicht vorstellen, dass ein neuen Moloch mit ihm arbeiten, wie Seres, wie Seres. Es muss immer schön sein, dass er das beste ist. Wenn ich falsch bin, das ist wo alle Sie kommen. Die vier von Ihnen werden seinen Tether nach dem Moloch. Dann werde ich es durchführen. In dem Moment Artorias wird nichts mehr als ein einfaches Mensch. Aber wie werden Sie ihn in der ersten Zeit kommen? Ich benutze Laufizet's Art. Er wird mich verletzen. Er wird mich verletzen. Und ich werde weiterführen. Ihr Job ist, dass ich mich behalte, damit ich auf meinem Fuß bleiben kann. A sacrificial assault, dann. Es ist nicht ein schlechtes Plan. Es gibt eine gute Chance, dass du ihn auf dem Weg gehst. Wenn du nicht sofort sterben. Aber, Velvet, du... Das ist ein Ordner. Okay. Also, in der Ende, du bist nur ein Tool für sie. Bet das tut. Und das macht Magilou wieder sehr unsympathisch. Ich bin echt hin und her gerissen von dieser kleinen Hexe. Ich bin echt her. Okay. mit Artorias her hate for him flows deep I wonder what her connection to Lord Artorias is don't call him Lord trust me what you'll understand when the time comes if she's still alive to face Artorias that is precisely the fires of her hatred are all-consuming who will they burn in the end hmm it's a dangerous pathway walk but the dead is a dead come along lafayette okay okay da vorne ist noch ein speicherpunkt und ein eingang also gehe ich mal okay ich gehe davon aus dass da noch mal ein Dungeon kommt oder so ich weiß es nicht will mich erst mal umgucken ich hoffe da passiert jetzt erst mal nix okay Flammensteinsplitter habe ich anscheinend genug so wie es aussieht okay hier ist definitiv jetzt nix mehr außer die sachen die nicht mehr mein inventar passen okay jetzt ist die frage soll ich speichern vorher ich glaube ich speicher einfach zur sicherheit seizure is seizure okay artoria artorias demons and malachim unlikely companions to say the least series is here too in my stomach So you chose to be a mother bird, Ceres. Things will be different this time. I will have my revenge. Revenge for Lapisette! Very well. It is time. Okay, es ist Zeit. Gucken wir uns erstmal in Ruhe Artorius an. Okay, 45.000. Da muss ich erstmal ne Runde schlucken. Okay, na gut. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Er hat keine Schwächen und keine Resistenzen. Dann machen wir einfach nur ein bisschen Gehe auf Rambats Ramba. Und ich seh, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich zieh überhaupt nichts ab. 느낌이. Dir Quattest glühen. Der Ke sound. Dramatische Swось inhalation. Ihr wartet den scores. Dann κάνest du ein paar Malayaer Lсти. Dramatische Sw�이크. Dramatische Firmen. Dramatische Folche. Dramatische Fire. Dann beim L flexibility. Das Joo, wammenl껑. Gett French Fan!". Es bringt nix. Ich zieh nix ab, ne? Pff, noch nicht mal tausend. Pff, noch nicht! Blut! Verbot! Halt, nicht vorbei! Ahhhhhhhhhh! Once more! Lafayette! The Fourth Maxim! Ahhhh! Never let your guard down, even when victorious. I will not let you win so easily. I will use my full strength, as is just and proper. Aid me, Inomenat! His wounds have vanished! Such power! Is it really? That is cheating! Wh-why do I... I remember you. That night. A terrible night. More... More healing. It's impossible! We have to run! You won't escape this time. I beg your pardon, Lord Artorius. I had assumed Master Shigure was attending you. The failure is mine. Shigure is out training. Besides, Batman would like to see my blood spilled more than anyone. Same as ever. Eh. He thinks only of himself. Look what happened with I-Fraid. So you are milky ore. No, Artorius. The one who most wants to spill your blood... It's me! Master Artorius, allow me to quiet this demon. Out of my way! Learn your place, you abominable demon- I'm not finished. Why? Doesn't it hurt? Aren't you in pain? Why, Velvet? Why do you go on fighting? Because... Luffy set knew so much more pain... Than I ever will. And still, I... I couldn't do anything for him. I'm sorry. I'm sorry. Velvet... Colluding with demons. Number two, your punishment must be severe. Kill the demon. Then, end your own life. No. Have you forgotten our pact? Your mistress is giving you an order! I'm sick of your orders! I... 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 That aura... I don't want Velvet to die! Sister! Mokuro, into the portal! Right. Hey! Don't forget me! You cannot escape! You know, Minot's power reacting with the earth pulse! Extraordinary! I... I begin to see... Still... Giving your brother's name to a Moloch... You've strayed so far... Velvet, wake up! Oh... Just... Let me sleep a little more, Silica... You rascal! Don't you remember the task I entrusted you with? The task? Yes. I asked you to take care of him. Huh? I asked you to take care of him. Oh... Where... Am I? Did they... Kill me? My wounds are gone... Bad fever... Ugh... Please... Don't die... Velvet... You saved my life. Now it's my turn to save you. First... We've got to get out of here. Okay... Wo auch immer wir uns hier befinden... Ich mache hier den nächsten Cut. Und dann sehen wir im nächsten Part von Tales of Berseria... Ob wir es schaffen, Laphyset zu retten. Also bis dahin. Bye bye.